Was ist Tenta Prime? Tenta Prime ist eben sehr eine moderne Klinik. Dann ist sie auch ausschliesslich auf Zähne ausgerichtet. Das ist nicht irgendein Schönheitstempel, wo man einfach alles machen kann, sondern sind wirklich auf Zähne spezialisiert. Und eben von der Technologie her, also war ich wirklich sehr beeindruckt. Man braucht ja ein gewisses Vertrauen. Es geht ja nur mit Vertrauen, dass man sich auch wohl fühlt, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Und da ist natürlich auch die Sprache sehr wichtig. Und eben, dass man sich gut betreut fühlt. Tenta Prime ist, ich werde ja oft gefragt, warum wagst du dich in das Ausland zu gehen, um die Zähne zu machen? Und ich kann Tenta Prime nur empfehlen, eben genau aus diesen Gründen. Es ist eine sehr professionelle Klinik. Die Organisation ist sehr gut. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich auch sehr gut. Und das ist ein sehr guter Punkt. Und das ist ein sehr guter Punkt. Und das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt.